hello friends und herzlich willkommen zu diesem neuen video wie ihr schon seht gibt es heute meiner tattoo tour oder meine updated tattoo tour tattoos tattoo ich habe keine ahnung was richtig ausspricht aber ihr habt euch das unter meinem letzten video gewünscht und deswegen bekommt ihr das auch ich filme heute mit zwei kameras also einmal mit meiner vlogging kamera am handy weil ich glaube ich hat es sehr sehr gut gefallen dass ich nicht so oft in das berein geschaut habe sondern in die kamera ich glaube es ist einfach ein bisschen schöner aber ich glaube sobald ich ein display habe das so eher bin ich halt dazu dass er werde ich dazu verleidet dann auch irgendwie zu gucken dass jetzt noch alles sieht noch alles gut aus ja deswegen glaube ich halte ich das erst mal vorbei zumindest bei den redevideos mir ist super kalt aber ich bin jetzt extra so ein bandeau top angezogen so dass ihr alles seht und ich weiß gar nicht ob ich chronologisch vorgehen soll also welches als erstes da war oder so wenn ich irgendwie eine schluss wasser an der kurve sitzt aber ich habe ja wie beim letzten mal naja auf jeden fall starten wir glaube ich mit dem arm gott ist das kalt ich hätte es lieber im sommer abdrehen sollen da hatte ich noch nicht die neuen tattoo also wir starten mit meinen ersten tattoos die habe ich machen lassen von einem tattoo artist in koblenz das waren meine ersten tattoos wie gesagt ich gehe jetzt glaube ich chronologisch vor soweit ich weiß was da war als erstes und was als letztes auf jeden fall ja war der kling nicht spezialisiert auf feinlein tattoos deswegen sind die das ist auch nicht so fein wie der rest zum beispiel aber das liegt nicht an ihm sondern weil ich noch keine ahnung hatte das war gleich mit allererster tool das hier handgelenk ihr seht so sieht es aus da steht calm down das ist jetzt auch schon ein bisschen ausgeblichen das ist wie gesagt man erst gewesen das habe ich mir stechen lassen mit 18 jetzt 22 mein gott die habe ich mir jetzt mit 18 stechen lassen ich glaube 19 nehmen 19 ich liebe ich liege schon wieder ich habe es sprechen lassen mit 19 aber ich habe es trotzdem schon drei jahre das ist schon krass das ist schon drei jahre ok aber definitiv einer meiner liebsten tattoos ich sage euch jetzt auch immer auf so war also sage ich jetzt auch mal so dazu warum ich es abstechen lassen nicht alle meine tattoos haben eine krasse bedeutung manchmal gar keine bedeutung ich finde es muss jeder für sich selber entscheiden ich empfehle keine tattoos ich sage auch nicht dass sie schlecht sind wenn ich sie schlecht finden würde hätte ich jetzt nicht so viele aber ich sage auch nicht mal wird schlecht weg tattoos das ist das einzige cool oder so ich finde es ist von typ und von mensch zu mensch komplett unterschiedlich ich habe freunde die haben gar keine tattoos und wo ich auch sage das sieht so geil aus einfach weil es also die pass dieser ja dieser look ohne tattoos dann habe ich ganz viele freunde die haben komplett alles zu tätowiert und ich denke mir so wo siehst du krass cool aus so ja ich glaube da gibt es kein kein richtig und falsch aber ja das habe ich mir stechen lassen weil ich eine person bin die manchmal sehr schnell von panik erfüllt wird also wenn mich verstresst oder wenn mich was einschüchtert oder verunsichert dann erfüllt mich diese emotionen sehr sehr schnell also ich bin dann sehr krass von dieser emotionen eingenommen und kann dann auch nicht mehr so richtig gerade denken und deswegen habe ich dieses calm down so als erinnerung hey alles gut selbst wenn mal der stress oder so hoch kommt oder wenn eine situation passiert die einfach vielleicht dich ein bisschen aus seinem rhythmus und aus seiner komfortzone rauskickt dass du ruhig bleiben kannst und ja das soll mich daran erinnern und deswegen haben wir stechen lassen dann habe ich mir da auch da habe ich mir die 1972 stechen lassen das ist das geburtstag von meiner mama und meine mama ist mit abstand die wichtigste person in meinem leben war sie schon immer und deswegen war es mir klar dass ich sie auf jeden fall auf meiner haut verewigen werde sich mit dem gesicht aber mit dem geburtstag und ich habe auch noch ein zweites tattoo was meine mama gewidmet ist aber das später und ja deswegen 1972 also da gibt es jetzt keine krossere bedeutung oder begründung zu dann habe ich dieses kreuz hier falls ihr das seht seht ihr das das ist das kreuz das ist wie gesagt ein ganz normales kreuz ich mich nicht krass so gehöre ich eine religion oder so sondern für mich ist es einfach ein zeichen davon dass ich dass ich glaube und ja das ist für mich ein sehr privates thema ich rede doch nicht sehr oft drüber ja ist auf jeden fall halt mein reminder an meinem glauben von dem tattoo artist habe ich nur noch das hier das sage ich hier noch mal in die kamera da seht ihr das und zwar ist das ein semikolon es gibt auch das semikolon project ich finde die joint super toll ich habe eigene berührungspunkte mit dem thema und fände es einfach cool wenn man so teil dieses projektes ist also ihr könnt euch wie gesagt da gerne mal was zu durchlesen es ist ein satz der einfach noch nicht ganz zu ende ist also die bedeutung von diesem semikolon soll gleichgestellt sein mit dem leben ja okay ich glaube ich gehe jetzt weiter mit den ganzen restlichen tattoos und macht das jetzt einfach arm für arm ich glaube es ist so ein bisschen übersichtlicher und schöner als wenn ich jetzt so chronologisch vorgehe auch wenn ich damit jetzt angefangen aber das müssen wir jetzt einfach ignorieren und die ordnung ist noch nie so mein ding gewesen naja auf jeden fall machen wir dann einfach weiter mit dem hanggelenk und zwar ich weiß nicht ob wir das erkennen können ich und zwar wie ihr seht ist es ein lavendel oder ein lavendelstrauchzweig wie man das auch sagen soll habe ich in die verbindung mit diesem calm down hier gestochen ich fand das hat irgendwie sehr gut zusammengepasst lavendel soll ja auch eine beruhigende wirkung haben und ich fand das irgendwie sehr schön ich wollte schon immer mehr blumen tätowieren lassen weil ich das super schön finde aber dachte die ganze zeit okay so random blumen habe ich jetzt also finde ich schön da brauche ich jetzt wenig verbindung für oder verbindung zu und deswegen ja fand ich das irgendwie sehr cool so auch so nebeneinander also fast nebeneinander genau dann machen wir weiter mit diesem diesem kleinen ding hier wer ist ja wie ihr seht das ist ein saturn der ist super schön gestochen da war ich bei 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 also bei einer bei einem tätowartist von baders day baders day sehr sehr bekannter tattoo laden hier in berlin ich war da tatsächlich auf dem event und da hatte sie oder da hatte hatten zwei kollegen von baders day einen stand und haben halt da vor free leute tatuiert der abend war für mich anstrengend weil ich war gerade ich war relativ frisch in berlin und ich war generell überfordert von dem ganzen von diesen events hier weil hier gibt es aber extrem viele events und für mich war das neue welt und ich war total überfordert und war dann noch an dem abend selber fordert habe einen abend aus sehr viel getrunken muss ich sagen da war ich dann schon sehr angetrunken weil ich dachte wenn ich lockerer wurde ich auch aber dann war ich auch so locker wo ich meinte sie ja stechen wir einfach was stechen wir einfach was und dann habe ich mir ja in diesen naturen ausgesucht von ihrer palette von dingen wie sie tätowiert und ich war so ja ja nimm macht macht und ich bin ehrlich gesagt nichts also ich weiß schon dass das alles passiert ist und ich glaube ich auch daran erinnern aber am nächsten morgen bin ich schon so aufgewacht und habe erst mal versucht das weg zu rubbeln weil ich mir so dachte so ist eh nicht das ist ja nicht echt das ist ja nicht echt und ich das ging nicht weg ist nie wieder weg wo ich jetzt wirklich also direkt glücklich darüber weil es ist ein wunderschönes tattoo es ist so fein gestochen also leute auch das ist von mir persönlich keine empfehlung bitte lasst euch nicht stechen wenn ihr nicht komplett nüchtern seid weil oft geht es nicht so gut also das ist jetzt gerade das ist die ausnahme das ist nicht der rege fall dass es euch am ende auch gefällt deswegen mein advice macht es nicht nach also würde ich auch so nicht noch mal machen das ist ja auch einfach ich habe glück gehabt es ist ein kleines tattoo es ist von krassen tattoo artist gestochen worden aber wisst ihr das sind so kriterien die eigentlich normalerweise bei sowas nicht zu treffen dann machen wir weiter mit einem meiner neuesten tattoos und zwar ist es das und zwar ist es diese krone hier ich hoffe ihr könnt das gut erkennen das ist eine krone mit einer 1 vorne und so blumen und kleinen herzen drin ich weiß ob man das alles gut erkennen können aber dieses tattoo ist tatsächlich auch meine mama gewidmet und zwar war das ja war das die geburtstagskrone von meinem allerersten geburtstag und ihr müsst wissen das war früher mein oder immer noch das mein lieblings baby foto von mir wie ich da ich kann euch das jetzt hier einblenden wie ich da auf ihrem arm bin und ja ich hatte jetzt vor vier tagen hatte ich geburtstag und zwar wurde ich 22 und meine mama hat einfach die geburtstagskrone nachgebastelt ich kann nicht mal hier irgendwo ein bild einblenden ich habe fast keine bilder gemacht habe ich glaube ich habe ein video vielleicht mache ich einfach ein screenshot wie süß ist das bitte und ja keine ahnung ich liebe dieses tattoo wenn man das sieht also viele leute die das erste mal sehen denken sich nur so was ist das was soll es auch stellen aber ich finde es auch cool ich finde es so cool so tattoos zu haben wo man sich so denkt was ist das und das hat einfach sonst absolut niemand ich finde so tattoos auch cool die absolut niemand hat ich habe viele tattoos die sind super mainstream jeder hat sie und das ist überhaupt nicht schlimm weil ich liebe sie trotzdem alles aber so ein paar eyecatcher wo du dich fragst wow was ist das oder habe ich noch nie gesehen finde ich auch cool so dann machen wir weiter mit diesem tattoo seht ihr das viele meiner freunde haben das schon als zwiebel identifiziert weil falls sie genau hinkommt seht ihr dass das keine zwiebel ist sondern eine muschel darstellen soll ich habe gar nicht gesagt woher meine tattoos sind das hier ist von meiner lieben dunja das ist meiner favoriten favoriten tätowiererin aus coflands ich liebe sie über alles das ist von dunja das hier ist auch von dunja also dieser lavendel ich fand die muschel super gut ich bin ein super krasser wassermensch und ich liebe das meer und immer wenn ich im meer bin bin ich irgendwie super glücklich und denkt mir einfach nur so deswegen habe ich mir die muschel stechen lassen weil ich die muschel irgendwie cooler fand als so eine welle oder so weil das fand ich auch sehr mainstream es ist beides mainstream wenn wir ehrlich sind aber die muschel fand ich super zwiebel ist auch gut leute ein bisschen würze ein bisschen zwiebeln okay machen wir weiter mit diesem tattoo hier das ich hier habe das ist mein nächstes tattoo das ist eine sanduhr die soll dafür stehen dass man halt einfach die zeit nutzt die man hat und deswegen diese sanduhr und ich fand die einfach toll ich mag auch diesen dieses design sehr gerne also dass es so eine one line ding ist da machen wir weiter mit das kreuz habe ich euch schon gezeigt das ist übrigens auch gestochen von dunja dann machen wir weiter mit diese wunderschönen flügel leute wie cute sind die bitte das ist mein nächstes tattoo das sind flügel feenflügel oder normale flügel schmetterling wurde schon als alles identifiziert sind tatsächlich einfach so ein feenflügel sein falls ihr euch fragt warum ich die habe ich fand die schön dann machen wir weiter mit ich kann es nicht mehr mehr aussprechen ich kann kein französisch ich wollte mir da weder hoffnung noch hope hinschreiben deswegen habe es mir auf französisch tätowieren lassen so sieht es aus wunderschönen ja ich finde es mega toll ich sag es euch ehrlich ich liebe doch die stelle ich glaube ich muss dem wort hoffnung nichts sagen erklärt es von allein und jetzt zu meinem absoluten lieblings tattoo meinem neuen lieblings tattoo ich weiß gar nicht was mein lieblings tattoo ist aber schon so vom ästhetischen her ist das mein lieblings tattoo nicht von der bedeutung her ist glaube ich die krone mein neues lieblings tattoo auf den ästhetischen aspekt das hier und zwar ist es ein handspiegel super fein gestochen ist auch schon ein bisschen raus gegangen weil es so fein ist ich muss mir das definitiv noch nachstechen lassen sind beides tattoos die hat mir bailey gestochen sie heißt auch auf ich glaube warte mal bailey drinkwater tattoos heißt sie gleich auf instagram ich verlinke euch sowieso alles habe ich ja bei ihr stechen lassen leute sie ist krank also ihre tattoos und ihre kreativität ist so krank also sie du machst also du erzählst von deiner idee und sie wandelt es um in das perfekte tattoo also sie ist so talentiert leute also es einfach krass ich finde sie wirklich heftig so als privatperson aber auch als wie gesagt tattoo artist deswegen das ist mein neues lieblings tattoo muss wie gesagt nachgestochen werden weil das so fein ist es halt auch schnell raus geht aber ja ich finde es toll ich auch guck mal leute wie schön ich finde es einfach so toll und es soll halt so ein bisschen für self love stehen also auch von meiner entwicklung dieses jahr ich habe so das gefühl klar ich sage auch immer wieder es ist nicht perfekt und ich bin nicht komplett im rein mit mir ich glaube das ist das dauert super super lange was man vielleicht das von sich behaupten kann wenn man es überhaupt behaupten kann und sich aber dieses jahr war ein riesen fortschritt und das soll mich irgendwie so ein bisschen daran erinnern dass es auf jeden fall nach vorne geht und dass es funktioniert das funktionieren kann jetzt machen wir weiter mit meinem anderen arm ich wusste nicht dass ich so viele tattoos habe ich sage euch ehrlich ich wusste nicht so viel labern werde oder dass ich so viele tattoos euch zeigen kann machen wir weiter und zwar ist es eine schlange das ist das nächste tattoo auch von dunja gestochen es ist eine schlange die so ein bisschen um mein handgelenk rum geht ist eins meiner liebsten tattoos hat absolut keine bedeutung wirklich gar nicht ich kann euch nicht sagen was das für eine bedeutung haben soll also schlagen sind schöne tiere aber so die bedeutung der schlage ist meistens nicht so positiv ne egal schön schön das tattoo keine bedeutung sorry dann machen wir weiter mit einem meiner neuesten wir machen weiter mit dieser süßen kleine note ja leute ich liebe musik das ist einfach nur meine liebeserklärung von musik und das war's und vielleicht eines tages bringe ich musik raus vielleicht dann machen wir weiter mit meinen mit einem meiner neuesten tattoos und zwar ist es dieses kleine auto hier muss nachgestochen werden ist aber eins meiner liebsten tattoos ich finde es wunderschön hat keine bedeutung viele meiner tattoos haben wenig bedeutung oder gar keine gerade die auf der seite irgendwie die auf der seite sind alle ohne bedeutung machen wir weiter mit dem nächsten ist dieses fragezeichen auch in dem selben stil wie die sanduhr also in diesem one line one line stil keine bedeutung ihr könnt dem ganzen bedeutung geben aber ich habe keine dafür dann machen wir hier weiter so zwei hände die sich festhalten also das sind so zwei hände die sich so festhalten ich finde es super schön ich habe dafür keine richtige bedeutung also klar zusammenhalt man kann dem tattoo viel bedeutung geben aber es wäre gelogen wenn ich sage ich hatte dafür eine bedeutung ich fand es einfach wunderschön einfach dieses ich irgendwie hat es mir ein gutes gefühl gegeben es hat mir so comfort gegeben dieses tattoo seht ihr das create yourself das ist das nächste tattoo da steht create yourself in seiner schlangenlinie es geht so also ich würde sagen der satz spricht für sich selber also creators also macht das aus dir was du aus machen möchtest oder macht das was du machen möchtest und ja kreiere deine eigene welt oder deine eigene dein eigenes leben das vergesse ich oft muss ich sagen da steht whatever das ist meine erklärung für meine ganzen tattoos die keine bedeutung haben selbst das habe ich mir die antwort darauf dann machen wir weiter mit das ist eine libelle auch in diesem online stil super oder nicht wort da doch schon ein bisschen hat auch absolut keine bedeutung ich fand es wunderschön einfach nur ja ich habe ein bisschen schluss dass ich das vergessen habe ich glaube nicht dann habe ich noch ein tattoo hinter meinem ohr keine ahnung ob ihr es gerade sehen konntet falls nicht kann ich euch vielleicht mal einblenden was so ein smiley das ist und zwar ist das so ein smiley der guckt entweder so oder so wie so eine einstellungssache du kannst manchmal nicht in allen nicht in allen situationen oft kannst du entscheiden hey wie will ich jetzt gerade aufnehmen oder wie werde ich damit jetzt den rest eines tages verbringen werde ich jetzt mich davon runter ziehen lassen und scheiße drauf sein oder werde ich sagen hey passiert ich versuche jetzt einfach den tag trotzdem noch positiv zu meistern ist wie gesagt nicht jeden tag ist also nicht jeden tag hat man die wahl dass man sagen kann ja weiß was jodo ich bin jetzt super super happy darüber manche ereignisse hauen dich auch aus dem leben und da kannst du nicht entscheiden hey ich bin jetzt vielleicht mal wieder glücklich aber es ist eher auf so leichte sachen bezogen also sprich wenn man so eine kleine so ein kleiner miss passiert ja und dann habe ich noch ein tattoo und das ist hier das ist mein letztes tattoo da steht einfach nur koko koko für meinen ersten hund mein allererster hund heißt koko und koko war ein absolutes wunschkind nein das war das war wirklich ein absoluter wunschgrund ich wollte mein ganzes leben lang hund haben habe nie einen bekommen und dann habe ich eines tages koko bekommen und da war mein leben einfach es war einfach toll ja sie sieht auch aus wie eine kleine kokosnuss deswegen passt es auch alles und ja das war schon mit meinen tattoos das sind 22 20 21 22 23 wenn ich mich nicht verzehrt habe habe ich 23 tattoos aktuell sind keine neuen geplant ich habe erst vor zwei wochen die neuen tattoos bekommen und ich mache immer schon lange pausen damit ich überlegen kann hey will ich neue tattoos und wenn ja wo weil ich mag momentan sehr so wie es gerade so wie es so gerade ist falls es wieder neue geben sollte werde ich euch wissen lassen und ja ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr konntet jedes tattoo richtig erkennen ja sonst könnt ihr auch gerne mal auf instagram gucken da zeige ich glaube ich auch häufiger mal macht's gut ich habe euch ganz so lieb und für durchgedrückt und geküsst